Du weißt flexen statt schätzen Willkommen wieder zu einer neuen Folge von Study Weather Day Wir haben ja immer noch Winter Also Fast nicht mehr So Wir werden jetzt nur noch Ähm Geode Ja also Geodes Oh wow Und wir werden Und wir werden Heute noch dieses Winterfest machen Oh nee Was will ich jetzt machen So ich will jetzt So ja ich geh jetzt erstmal zu Zu Clint So los geht's man Warte Ich muss erstmal gucken was ich für Sachen brauche Das hier Was ist das 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 Okay Dann fang ich nochmal an Wie war das das Nein natürlich nicht Oh Das wird lange dauern So Das waren die Die ich erstmal gekriegt habe Die machen wir erstmal alles hier rein Zack 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 Und Ja das kann ich Ja Du hast eine etwas höhere Chance Missreise Kisten zu finden Was ist denn Das ist Ist egal Ja Jahu Danke Ja Ja Nein Das ist scheiße Ja Aber ich hab doch schon überall Bergbau-Erfahrung Oder ich brauch das nicht mehr Ja Geschlechterste Nice man Geil man Sieht richtig Schön aus Wuuh Okay Dann geh ich jetzt erstmal Alle Das hier Ab Ab Also Aufbrechen Okay Ich hoffe die Aufnahme Ja Ich glaube schon Ähm Oh wow Ah man Sirup Geil man So Wuuh Das ist gut Kannst du ein bisschen schneller machen Ah Ja 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 Oh wow Wow Okay Wie soll ich das wissen Geil man weg Ah Ah, Linus. Ach, du bist willkommen. Ach, schade. Oh, jetzt muss ich mit allen sprechen. Das ist nicht cool. Ach so. Oh, du bist es also. Oh, Perle. Oh, ist egal. Clint! Er gibt eine Eisenbarren. Oder Kupferbarren. Oder Iridiumbarren. Eisenbarren ist das. Oh, warte, du pack es aus. Es ist Eisenbarren! Ah, ja, wow. Richtig. Nebo. Junge, was soll ich damit machen, Alter? Es ist nichts Besonderes, aber das Beste, das ich mir leisten konnte. Gut gemacht, Clint. Du hast mir nur Scheiße gegeben. Oh. Was? Denkst du nur ans Arbeiten und nie ans Vergnügen? Klingt nicht besonder... Wow! Kann ich nicht chillen oder so? Ne, warte mal. Das ist ja dumm. All diese... Du hast keine Familie. Ah! Oh, mein Vater. Oh, meine Oma. Was gucken die mich so an, Alter? Habe ich irgendwas Falsches gemacht? Kann ich mich jetzt wieder verpissen? Ah, nee, nee, nee. Warte, 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 warte. Bevor ich mich weggehe. Ich kaufe mir... Das hier... Und... Das hier... Und eine Tapete. Ja, das war alles. Oh, wow. Wuhu, okay. Da verpisse ich mal mich wieder. Alter. Ich muss aufpassen, was ich sage. Ich will nicht, dass YouTube mir die dritte Funktion auf YouTube wegnimmt. Wenn ihr nicht wisst, was die dritte Funktion ist, das ist das, dass ich Beiträge erstellen kann und... 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 Ähm... Dieses bei Shorts so... So ein Video anhängen kann. Das ist sehr wichtig. Ja. Da will mal YouTube nicht so ehrenlos sein, oder? Ah, wuhu. Ah. Boah, Alter. So viele Herzenmützen mit Caroline, Alter. Das ist gut. So. Jetzt werden wir erstmal mein Zimmer... Ja, der Teppich ist schon groß. Es kommt da hin. Nee, nicht da hin. Nee, nicht da hin. So. 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 Ja, ja, ich das einfach hier... Das sieht auch gut aus. Das muss ich nur noch weg machen. Ist egal. Ich geh jetzt schlafen. Ja, huu. Und ich glaube, es wird nichts mehr Besonderes passieren. So. Gucken wir mal, was ich brauche. Okay, das hier. Das hier. Das. 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 Okay. Oh, das. Das. Ah, das. Das. Okay, das war alles. Also, was brauchen wir noch? Was? Nein. Nur noch eins. Oh, das ist die prismatische Scherbe. Fuck. Schiss. Oh, du willst mich doch verarschen, Alter. So. Nein. So. Das kriegst du. Das kriegst du. Das kriegst du. Das kriegst du. Und das kriegst du. Das kriegst du. Und das kriegst du. So, was krieg ich? Wow. Ja, okay. Ähm. Oh, wow. Ja, das nehm ich mit. Das ist cool. Ich nehm nichts mehr mit. So. Wir sehen uns morgen. Ah. So kann ich jetzt Pilze farmen. Ja, danke. Ist ja gut. Hier geht rein. Oh. Woo. Okay. So. Hat man mich? Ja. So. Bevor wir dieses Jahr abschließen. Hier ist was cooles, Leute. Oh, scheiße. Alter. Das ist ja hier richtig cool. Du hast eine erhöhe. Ja, das ist cool. Ja, man, Leute. Und willkommen zum nächsten Jahr. Ja, das wäre jetzt komisch. Wow. Ah, jetzt sieht es sich ja wieder so alles bunt aus, Alter. Wow. Das habe ich vermisst, Mann. Ja, jetzt ist ja alles hier bunt. Guck mal, wie schön jetzt alles aussieht, Mann. Jetzt sieht das wieder so hässlich aus, Mann. Okay. Dann werde ich erst mal arbeiten. Und mein Feld machen. Und das sieht auch sehr schön aus, hier. Wow. Alter, das sieht richtig schön aus, Mann. Uh. Okay. Okay. Ähm. Oh Mann, meine Energie. Ich habe jetzt mir diese Sachen gekauft. Das hier. Weil ich die brauche, um Um diese Guck mal. Ähm. Weil es ist dafür so eine Ich kann es euch zeigen. Hier. Das muss ich machen noch. Oh Mann. Okay. 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 Was war das jetzt? Okay. Wo ist das gelandet? Alter. Zeig dich jetzt, Mann. Ach, da ist das. Ach so, okay. Woo. War sind die fertig? Ah ne, warte mal. Bevor ich das mache, ich muss ja noch alles einsammeln. Let's go. Ja, verpisst euch. Ah. Woo. Hm? Oha, Alter. Hier schwimmen Fische. Ah, ich kann hier Fische reinmachen. Wie cool. Ey, das mache ich mal irgendwann. So. Oh, ich habe es. Prismatische Scherbe. Ja. Okay. Ich kann jetzt. Ich habe jetzt hier alle. Wow. Wow. Yep. Jetzt gehe ich erst mal chillen. So. Woo. Ich muss irgendwie Batterien bekommen. Nur das ist ein bisschen schwer. Okay. Oh, wow. Okay. Leute, ich habe die Legende. Wow. Der macht 900 Energie. Wow. Oh. Wirklich, Mann. Der war schwer, Mann. Ja, okay. Der war nicht schwer. Das ist einfach einfach nicht. Oh. So. Gucken wir mal unsere. Woo. Ja, nach diesen im Sommer. Dann das hier noch. Das hier kriegen wir bald. Also, diese zwei sind eigentlich kombiniert. Ja, okay. Und dann haben wir alles fertig. Ich glaube, wir haben doch alle. Ja, das ist der letzte legendäre Fisch. Oh, wow. Und solange wir. Schnauze. So. Okay. Der Vorgang ist unumkehrbar. Ähm, eigentlich will ich schon mein, äh, Dingens... Private Möbelsammlung? Oha! Gibt's ja richtig... Äh, ist ja... Mh-mh. Ja, sonst verkauft ihr hier nur Scheiße. Ja, tschüss, Alter. So... Alter, wenn es jetzt auch... Okay... Ich kann jetzt endlich, ohne dass ich Money brauche, jetzt, äh, hier... Äh... Einkaufen gehen, oder wie das heißt. So... Ah, ich, äh, ich muss noch nicht... Ähm... Ich muss ganz kurz hier... Wuh, wuh, wuh... Woah, guck mal den Bär an! Ich hab Angst! Ich hab nicht jeden Tag die Gelegenheit, mit einem Menschen zu sprechen. Sieht so aus, als hättest du etwas Waldmagie in dir. Also dann, zu meiner Notiz hast du's mir mitgebracht. Oh, dieser Duft, äh, das riecht so süß. Es ist meine Lieblingssoße, die macht mich sehr glücklich. Weckles? Yo! Get out of here! Most of his time... Villains of the Reader Dominator Emory Reader 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 Bis zum nächsten Mal.